Guter Vorsatz fürs neue Jahr? Weniger Fernsehen. Am besten nur noch einen Sender. Und zwar ab 1. Januar DF1. Für alle, die auf Bergwelten stehen. Auf Heimat leuchten und leuchtende Augen. Für alle Quizjäger. Und Torjäger. Für alle, die es lieben, wenn's heiß hergeht. Und für Freunde der guten Unterhaltung. Für alle. Starte ins neue Jahr mit deinem neuen Lieblingssender. DF1. Genau deins.